Junge Spieler brauchen mehr Spielzeit. Diese Spielzeit bekommen aber viele Talente bei großen Vereinen eher selten, da sich a. noch nicht erfahren genug sind, um mit so einem jungen Alter von Anfang an spielen zu dürfen und b. gibt es noch viele weitere Spieler auf der Bank, die auch gerne mehr Spielzeit bekommen würden. Damit du dein volles Potenzial überhaupt ausschöpfen kannst, bittest du deinen Verein um Erlaubnis zu einem eher schwächeren und vielleicht auch unterklassigen Verein zu wechseln, damit man seine Leistungen auf den Rasen bringen kann, anstatt nur auf der Bank zu sitzen. Dein Verein aber möchte dich nicht gehen lassen, da sie schon mit dir in die Zukunft planen. Stattdessen, dass du wechselst, schlag dein Verein vor, dich entweder für ein, zwei Jahre zu verleihen oder dich in die Reservemannschaft zu packen. Reservemannschaften, Zweite Mannschaften, B-Mannschaften oder Jugendmannschaften, wie sie auch häufig genannt werden, sind Mannschaften, die die Aufgabe haben, junge Spieler die benötigte Spielzeit zu geben, ohne dass sie den Verein dafür verlassen müssen. Diese Vereine haben häufig dasselbe Club-Logo, dasselbe Club-Trikot und denselben Club-Namen vom großen Mutterverein. Zu erkennen sind Reservemannschaften nur, wenn diese am Ende oder am Anfang mit dem Buchstaben B, die römische 2, Amateure, Juniors oder Young gekennzeichnet sind. Bekannte Beispiele wären Real Sociedad B, Borussia Dortmund 2, FC Bayern München Amateure, Young Violets Austria Wien oder SKN St. Pölten Juniors. Diese Reservemannschaften gibt es aber nicht überall. In manchen Ländern wie Spanien, Portugal und den Niederlanden dürfen sie maximal zweitklassig spielen. In Deutschland und Italien dürfen diese maximal in die 3. Liga, in Frankreich nicht höher als die 4. In Lichtenstein dürfen sie an Pokalwettbewerben teilnehmen und in England haben sie eine ganz eigene Liga. Welches System für Reservemannschaften am sinnvollsten ist, wird sich häufig drüber gestritten. Befürworter sagen, dass diese Art von Vereinen jungen Spielern die Chance geben, mehr Spielzeit auf hohem Wettbewerbniveau zu geben. Und fordern sogar, dass Reservemannschaften weiterhin in der 3. Liga bleiben dürfen, wenn nicht auch 2. Liga spielen dürfen. Die Gegenseite aber sagt, dass Reservemannschaften aufgrund der Professionalität und finanziellen Stärke im großen Mutterverein einen unfairen Vorteil haben. Abgesehen davon nehmen auch viele Reservemannschaften andere Mannschaften ohne diese Möglichkeiten den Platz weg, der eh schon heiß begehrt ist in der 3. Liga. Anstelle von Borussia Dortmund 2 wäre dort heute vielleicht Preußen Münster, der Wuppertaler SV oder Rot-Weiß Oberhausen. Anstelle von SC Freiburg 2 stelle dort mal wieder SSV Ulm, Kekers Offenbach, FSV Frankfurt oder vielleicht auch der TSV Steinbach. Aus diesem Grund fordern viele, dass Reservemannschaften entweder nicht höher als 4. Liga spielen dürfen oder dass sie komplett aus den deutschen Ligasystemen verschwinden und eine eigene, separate Liga gründen. Ähnlich wie es in England der Fall ist. Auch wenn Reservemannschaften mehr professionelle Möglichkeiten haben, sind sie meistens selten erfolgreich. Wie schon erwähnt, dürfen viele Reserve-Teams nicht höher als ein bestimmtes Niveau spielen. Auch wird die Teilnahme an nationalen Wettbewerb-Pokalen untersagt. Da ist es nahezu unmöglich, ein erfolgreiches Reserve-Team aufzubauen. Trotzdem habe ich mich auf die Suche begeben und habe gleich 10 Reservemannschaften gefunden, die für kurze Zeit sogar besser als das Original waren. Nummer 10. FC Schönberg 95-2. Der FC Schönberg 95 ist ein mecklenburgischer Fußballverein, der 2015, 2016 und 2016, 2017 für eine kurze Zeit in der Regionalliga gespielt hat. Bis auf insgesamt 7 gewonnenen MV-Landespokalsiegen und die 7 Teilnahmen am DFB-Pokal kann die erste Mannschaft von Schönberg nichts krasses vorweisen. In der Saison 2002-2003 erreichte der FC Schönberg zum 5. Mal in Folge das Finale des MV-Landespokals und schreibt damit Geschichte. Nicht weil es der 5. in Folge war, sondern weil es Schönberg geschafft hat, nicht nur mit der 1. Mannschaft, sondern auch mit der 2. Mannschaft im Finale zu stehen. Am Ende verlor der FC Schönberg 95 sogar gegen ihre eigene 2. Mannschaft 2 zu 1 und der FC Schönberg 95-2 wurde MV-Landespokalsieger 2002-03 und wäre damit eigentlich für den DFB-Pokal nächste Saison qualifiziert gewesen. Jedoch nahm anstatt die 2. Mannschaft die 1. Mannschaft im DFB-Pokal 2003-2004 gegen Gladbachtal und verlor in der 1. Runde 0 zu 3. Schönberg nahm danach paar Mal am DFB-Pokal teil und gilt heute als schlechtestes DFB-Pokal-Mannschaftsteam aller Zeiten. Nummer 9. Wellington Phoenix FC Reserve Wellington Phoenix Football Club Reserves ist eine Fustermannschaft aus Wellington-Neuseeland. Sie dienen derzeit als Reserve-Mannschaft des Wellington Phoenix FC, der in der A-League spielt. Da die 1. Mannschaft in Australien und nicht in Neuseeland spielt, darf die 2. Mannschaft von Wellington in der höchsten neuseeländischen Spielklasse kicken. Dort ist auch die Reserve von Phoenix echt solide, wurde 2021-2022 sogar Neuseeland-Ritter und aktuell stehen sie auch nicht so schlecht da. Nummer 8. Ruchtschorzow 2 Ruchtschorzow ist einer der erfolgreichsten Fußballvereine Polens. Man gewann insgesamt 14 polnische Meistertitel, 3 polnische Pokale und erreichte 1973-74 das Viertelfinale des UEFA-Pokals, 1975-76 das Viertelfinale der UEFA-Schemts League. Mittlerweile ist der ehemalige polnische Rekordmeister in der Versenkung verschwunden und spielt seit lang nicht mehr im polnischen Profifußball. Ihre Reserve-Mannschaften Ruchtschorzow war jedoch immer unbekannt und spielte in den niedrigsten Ligen des Landes. In der Saison 1992-93 schafft es Ruchtschorzow sich als Reserve-Mannschaft in der 6. Liga über Umwege für den polnischen Pokal zu qualifizieren. Dort kam er überraschend sehr weit, besiegt große und bekannte polnische Vereine und steht ernsthaft am Ende im polnischen Pokalfinale. Dort traf man auf GKS Katowice, wo man sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. Hätte die zweite Mannschaft von Ruchtschorzow es ernsthaft geschafft, diesen Pokal zu gewinnen, wären sie bei Weitem die schlechteste platzierte Mannschaft, die jemals am Europapokal teilnehmen konnte. Nummer 7, FC Porto B. Der FC Porto B ist, wie man schon direkt erkannt hat, die Reserve-Mannschaft vom FC Porto. Der FC Porto B gibt es schon seit 1999, aber wurde später wieder aufgelöst. Nachdem mehrere portugiesische Erstligisten den Wunsch äußerten, dass auch Reserve-Mannschaften in der 2. Liga geben sollte, hatte FC Porto seine B-Mannschaft 2012 wieder neu gegründet. Die LPFP, der portugiesische Fußballverband, erlaubt, dass ab der Saison 2012 13 zweite Mannschaften in der 2. Liga spielen dürfen. Porto schafft es trotz strenger Regeln, es mit der B-Mannschaft in die 2. Liga zu bleiben. In der 2. Liga etablierte sich der FC Porto B als eine ordentliche Mannschaft, wurde 2013 14 Zweiter und 2015 16 gewann sie sogar die 2. Liga. Nummer 6, VfB Stuttgart 2. Die 2. Mannschaft des VfB Stuttgarts ist die 1. Deutsche in dieser Liste. Den VfB Stuttgart 2 werden sicherlich einige noch aus der 3. Liga kennen, wo sie zwischen 2008 bis 2016 regelmäßig dabei waren. Davor war die Amateur-Mannschaft Stuttgarts auch anders erfolgreich. Man gewann insgesamt zweimal die deutsche Amateur-Meisterschaft und viermal den Württembergischen Pokal. Damals, als es noch möglich war, nahm der VfB Stuttgart 2 auch mal im DFB-Pokal teil und dies sogar mit kleinen Erfolgen. 1974-75 erreichten sie beispielsweise das Viertelfinale, bevor man gegen Borussia Dortmund ausschied. Außerdem demütigten sie im Pokal 2000-2001 den Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit einem deftigen 6 zu 1 Sieg. In der nächsten Runde trafen sie lustigerweise jedoch auf ihre erste Mannschaft und verloren mit 3 zu 0. Heute spielt der Verein lang nicht mehr drittklassig und ist eher in der 4. Liga Deutschlands unterwegs. Nummer 5, Hertha BSC Amateure. Die Reserve-Mannschaft von Hertha BSC war anfangs keine so krass erfolgreiche. Seit ihrer Gründung spielten sie meist in der 5. oder 4. Liga des deutschen Ligasystems und zeigten bei Amateur-Meisterschaften grauenhafte Leistungen. Das änderte sich jedoch mit den DFB-Pokalmärchen von 1992-93. In der ersten DFB-Pokalrunde 1992-93 bekamen die Hertha Amateure ein Freilos. In der nächsten bekamen sie Heidelberg, die sie 3 zu 0 besiegten. Genauso besiegten sie den Zweitligisten in der nächsten Runde, den VfB Leipzig. Im Achtelfinale angekommen, bekamen den Titelverteidiger Hannover 96 und besiegte auch diese. Und obwohl die erste Mannschaft von Hertha schon im Achtelfinale am Bayer Leverkusen gescheitert ist, kommen die Hertha Amateure bis ins Halbfinale, wo sie in Chemnitz der FC mit 2 zu 1 schlugen und ins DFB-Pokalfinale einzog. Im Finale traf man dann auf den Gegner, gegen den schon die erste Mannschaft im Achtelfinale ausschied. Bei 0 für Leverkusen. Diesmal hat aber die Hertha Heimvorteil und die Hertha Amateure kämpften und verloren nur knapp mit 1 zu 0. Nummer 4. FC Bayern München 2. Der FC Bayern München ist mit seinen zahlreichen deutschen Meisterschaften und Pokalsiegen der mit Abstand erfolgreichste deutsche Verein. Daher ist es kein Wunder, dass seine zweite Mannschaft auch zu einer der besten Reservemannschaften des Landes angehört. Die FC Bayern Amateure nahm insgesamt 9 Mal am DFB-Pokal teil und kam 1995 und 2015 ins Viertelfinale. Auf Amateurebene gewann der FC B2 dreimal den Oberbayern Cup, einmal die zweite Amateurliga Oberbayern und wurde zweimal Vize-Amateur-Fußballmeister Deutschlands. Aktuell spielt der Verein in der Regionalliga Bayern die vierte höchste Stufe im deutschen Ligasystem und gewann diese insgesamt zweimal. Nach dem Aufstieg 2018-19 schafften es die Nicht-Bayern-Profis 2020 die dritte Liga zu gewinnen, durften aber nicht aufsteigen, da Reservemannschaften nicht höher als zweite Liga überhaupt spielen dürfen. Nach dem Titelgewinn stieg der Verein direkt wieder ab und spielt heute wieder in der Regionalliga Bayern. Nummer 3, FC Barcelona B. Der FC Barcelona B oder FC Athletic genannt, ist die offensichtliche Reservemannschaft des FC Barcelonas. Die zweite Mannschaft von Barca hat eine Menge an heute uns bekannten Top-Spielern hervorgebracht. Darunter wären Sergio Busquez, Pep Guardiola, Andres Iniesta, Lionel Messi, Charles Pujol oder Xavi. Der zweite Verein von Barca spielt regelmäßig in der zweithöchsten Spielklasse Spaniens und belegte 2011 und 2014 den dritten Tabellenplatz. Im spanischen Pokal trat der FC Barcelona B zwischen 1971 und 1990 mal häufiger an, kam dort aber nur 1975 und 1984 ins Achtelfinale. Nummer 2, Young Ajax. Young Ajax, früher besser bekannt als Ajax 2, ist die Reservemannschaft des AFC Ajax Amsterdam. Das Team besteht hauptsächlich aus Profifußballern, die oft gerade erst die höchste Jugendstufe Ajax A1 absolviert haben und dann ihren ersten Profifertrag in der Reserve erhalten, für Spieler, die für die erste Mannschaft nicht gut genug sind. Zusammen mit Young Pace Way feierte Young Ajax 2013-14 ihr Profidebüt in der zweiten niederländischen Liga. Dort etablierte sich Young Ajax zu einem soliden Zweitligisten, wurde 2017 Zweiter und 2018 sogar Zweitligameister. Im niederländischen Pokal durfte sich Young Ajax auch beweisen, dort kam man dreimal ins Achtelfinale, zweimal ins Viertelfinale und 2001, 2002 sogar ins Halbfinale, wo man nur im Elfmeterschießen gegen FC Utrecht ausgeschieden ist. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, nenne ich die Reservemannschaften, die man auch hätte erwähnen können. Einmal die beiden deutschen Drittligisten Borussia Dortmund 2 und der SC Freiburg 2, weitere bekannte deutsche Reservevereine wie der SV Werder Bremen 2, der VfL Wolfsburg 2, der 1. FSV Mainz 05 2. Dann gibt es noch Real Sociedad B, der vor kurzem in der zweiten spanischen Liga gekickt hat, auch früher mal zweitklassig in Spanien gespielt hat, ist Sevilla Atletico. Auch noch nennen kann man Young Paceway, Young AZ, Juventus Turin 2 und der FC Lieferring. Streng genommen könnte man auch jeden Red Bull Club nennen. Nummer 1. Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla ist die zweite Mannschaft des spanischen Erfolgsklubs Real Madrid. Zu Beginn hatte Real Madrid einen befreundeten Amateurklub, den AD Plus Ultra als Reservemannschaft genutzt. 1972 brach dieser Verein jedoch zusammen, deshalb gründete man den Real Castilla CF als Ersatz. Mit so vielen talentierten Spielern schaffte das Team 1977 und 1978 aufeinander folgende Aufstiege und erreichte die zweite Liga Spaniens. In der zweiten Liga war Castilla so gut, dass sie 1984 die zweite spanische Liga gewann, aber nicht aufsteigen durften. Im spanischen Pokal zeigt die Reservemannschaft von Real Madrid auch starke Leistungen, ähnlich wie in der Liga. Dreimal erreichten sie das Viertelfinale. Ein Wunder passierte 1980, dort besiegte Castilla Vereine wie Racing Santander, Atleti Bilbao, Real Sociedad und im Halbfinale Sporting Giron. Die zweite Mannschaft von Real Madrid schaffte das allerernsteste Finale spanische Pokal zu gelangen. In diesem Körper der Real Finale 1979-80 stande tatsächlich auch noch die erste Mannschaft von Real Madrid als Finale Gegner fest und verlor gegen diese 6 zu 1. Da Real Madrid jedoch den Titel in der Liga gewann, qualifizierte sich die Reservemannschaft von Real Madrid für den Europapokal der Pokalsieger. Damit sind sie die einzige Reservemannschaft, die jemals in einem offiziellen europäischen Vereinswettbewerb teilgenommen hat. Ja Leute, das waren die 10 besten Reservemannschaften aller Zeiten. Was ist eure Meinung zu diesen? Sollten sie weiter in den deutschen Ligasystem spielen dürfen oder sollten sie einen separaten Wettbewerb bekommen? Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, wie eine katalanische Liga aussehen würde oder warum Israel in Europa spielt, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Das war's in dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.